Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, heute ist der 12. August 2022. Es ist 8.43 Uhr. Ich habe meine erste Sporthälfte schon geschafft. Also 50 Prozent meines geplanten 30-minütigen Trainings habe ich schon gemacht. Ich glaube, in Bewegungsziel sind das, glaube ich, 33 Prozent des heutigen Tages. Aber es ist ja noch genug Zeit übrig, um sich noch weiter zu bewegen und zu schwitzen. Ja, es ist wie gesagt Viertel vor neun fast. Es ist Freitag. Ich freue mich aufs Wochenende. Die Woche hatte es echt in sich. Aber vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl, weil man jetzt ein, zwei Wochen völlige Ruhe hatte und dann wieder in den normalen oder Standardmodus zurückzufallen, ist vielleicht nicht so angenehm. Ich weiß nicht, vielleicht empfindet man es auch nur so schlimm. Nächste Woche sind auch jede Menge Termine. Ich glaube, ich bin nächste Woche mindestens drei Tage im Büro, wenn nicht sogar vier oder fünf, weil so viele Sachen anstehen und dann auch Kolleginnen und Kollegen wieder da sind, die man schon seit einer gerauben Zeit nicht mehr gesehen hat. Und für mich ist das ja ein Katzensprung. Also mit dem Fahrrad irgendwie zehn Minuten zu Fuß, 20 zum Büro zu laufen. Vielleicht dann auch immer nur zur Mittagspause mal gucken, wie ich das einrichte. Aber jetzt ist wie gesagt bald erst mal Wochenende. Es ist aktuell recht kühl. Es wird noch warm. Es bleibt auch die nächsten sieben Tage um die 30 Grad immer. Aber zumindest diese Nacht hat es sich gut abgekühlt, muss man mal sagen. Also da waren wir irgendwie bei 16 Grad oder so. Und dementsprechend ist die Wohnung auch ein bisschen wieder abgekühlt. Im Wohnzimmer hatte ich irgendwie gestern 30 Grad, da wo ich arbeite. Und heute sind es nur noch 25 oder so. Ja, mal gucken, wie das dann so wird, die nächsten Stunden. Das geht heute hoch und nachts dann runter auf 18. Okay, es wird immer wärmer bleiben nachts. Wenn das dauerhaft warm ist, dann wird sich auch nachts das nicht mehr so krass runterkühlen. Naja, wir haben Ventilator, wir haben Eiswürfel, wir haben eine Dusche. Alles im grünen Bereich. Ja, ansonsten haben wir gestern mal wieder Guild of Dungeoneering gespielt. War sehr lustig. Im April habe ich geguckt, habe ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt. Und jetzt im August wieder. Deathloop ist ja durch, habe ich ja am Dienstag beendet. Und eigentlich war der Plan jetzt irgendwie mit dem DLC von Ghost of Tsushima weiterzumachen. Aber am 2.9., also in zwei Wochen, sind es zwei Wochen? Drei, Entschuldigung. In drei Wochen kommt das Remake von The Last of Us raus. Und das will ich spielen. Und in drei Wochen ist es eher unwahrscheinlich, dass ich da mit dem Ghost of Tsushima DLC durch bin. Von daher lasse ich das, glaube ich, einfach mal. Mache noch ein bisschen Horizon, vielleicht auch unter der Woche. Damit wir da auch irgendwann mal zum Ende kommen, nach über 100 Stunden. Und dann kann ich ganz entspannt und beruhigt in The Last of Us reingehen. Ja. Ja. Mehr habe ich eigentlich nicht. Mal gucken, ob Tony sich meldet jetzt am Wochenende. Der ist ja seit Montag oder Dienstag in Berlin. Ja. Ein bisschen Zeit verbringen. Am nächsten Montag gehen wir in einen Biergarten hier um die Ecke. Naja, nicht hier um die Ecke. Am Hauptbahnhof. Zollparkhof heißt das Teil. Da waren wir mal mit der Firma. Das war ganz schön. Und ja. Da werden wir uns dann mit Martin-Solos treffen. Tony-Equinox. Hat er sich immer so genannt? Ich glaube, ja. Und Sebastian-Tanis treffen sich da. Und trinken dann vielleicht ein Bier oder ein Apfelsaft. Ich weiß es nicht. Und quatschen ein bisschen. Und davor sehen wir uns vielleicht auch nochmal oder danach. Mal gucken. Der Solos hat aber nur am Montag, glaube ich, Zeit. Die anderen Tage sind bei ihm belegt. Gut. Schauen wir mal. Sollte sich Tony nicht melden und ich extreme Langeweile verspüren, kann es durchaus sein, dass ich heute vielleicht spontan nochmal einen Stream einwerfe. Aber ja. Wir gucken einfach mal. Wir schauen einfach mal, was sich so tut. Kommt gut durch den Tag. Kommt noch viel besser ans Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Habt einen schönen Urlaub. Kommt gut durch eure Nachtschichten. durch eure Uni-Sachen, durch die Arbeit. Wir hören uns spätestens morgen beim nächsten täglichen Vlog wieder, wenn ihr mögt. Und morgen Mittag, 12 bis 16 Uhr ist dann wieder ein wenig Horizon for Bidden West angedacht. Also, ich bin raus. Ich mache jetzt mal einen Kaffee und hole mir eine Schriffe unten und dann geht's los. Tschüss.